Ich möchte noch irgendwas Frontload mäßiges. Ja ich könnte den Big Varian raus holen. Boah Daddy! Ja, nehm Daddy! Daddy! Ja, gib doch Varian, ich hab die brauche. Ja dann, behau deinen Sohn, Alter. Ja dann, behau ihn! Ich möchte nicht! Ich möchte nicht! Ich möchte nicht! Ich möchte nicht mehr Slank! Ich möchte nicht mehr Slank laufen! Ich flank! Achtung! Huuu! Bitch! Komm jetzt raus, let's fucking go! Let's fucking gooooooo! Seid ihr alle? Ich komm gar nicht mehr. In deinem Milcham! Ja! Komm zurück, du Pussy! Zurück! Alter, war das grad Inke? Komm zurück, du Pussy, Alter! Komm zurück, du Pussy! Was für Reign? Ja, niemand, da kommt! Komm, 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 komm! Los, auf, Micha! Tötet Micha! Nein! Nein! Der steht, Alter! Fuckin' an, Luise, Alter! No, no, no! Sehr viel, let's go! Oh Gott, es geht auf, es geht auf, es geht auf! Oh Gott, es geht auf, es geht auf! Nein! Aber tour zu strong, Mann! Aber tour zu strong! Seid's verliert völlig, ey! Das ist jetzt gemein! Jetzt geht die Slower rein, nämlich los! Oh, achte Wurfwaffe! Oh, macht das viel Damage? Was macht man denn eigentlich als Krieger? Jetzt sterben! Na, kann nix machen, ne? Joink! Nova gemisst! Oh, der blinkt! Der war gemein! Komm zurück! Du schwein! Oh! Nein! Nein! Ich komm nicht rein zum Exeguten! Nein! Er kommt zurück! Nein! Nein! So easy, dieses Game! So easy! Durchgespielt! Du hässlicher Pisskopf, Mann! Hilf mir doch! Oh, jetzt verrecke ich hier! Scheiße! Du hässlicher! Helf mir! Ich helf dir denn auch! Du bist, ey, hässlich! Slash Pucken, ey! Slash Beleidings! Ja, jetzt, jetzt, jetzt verreckt, Alter! Jetzt verreckt! Hahaha! Und jetzt werd ich mir mein... Nein! 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 Was? Och, nö! Och, come on! Gerade sitzen? Ich kann nicht gerade sitzen! Wenn ich gerade sitze, sitze ich so... Wie im Flugzeug, Alter! Als würde ich gleich in den Weltraum fliegen! Ja! 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 Hab schon! Und! Achso! Ich sterbe jetzt! Jetzt! Oh, oh! Jetzt! Oh, oh! Ich weiß ja, was gerade das Eklige war! In meinem Kaffee war die Fliege drin! Ja, da liegt er! Oh, bitte! Leck! Fühl ich mich mächtig! Oh! Oh! Oh, der da ist es! Hahaha! Ich dachte, das wär der! Da warst du ein Teufel, was warst du da oben? Hör auf, da bin ich. Alles klar, alles klar. Oh! Hahahaha! Nein! Huuuuuuuuuuuuuuu! Hallo. 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 Wir haben einen Kumpelmann. Okay, 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 okay. Oh, was? Oh, was? Er hat mich einfach gewonshottet. Schattenschock für 130 Schaden. Für 100... Oh, huge, huge. Neat. Ja, gewonnen. Easy game. Kack nur. Oh, wie weit ich laufen muss. Im Ernst, guck mal, wie weit das ist. Juhu, meine Maus hat sie gerade verabschiedet. Rex, bitte an Rex weiterleiten. Ich hätte gerne seine alte Maus. Danke. Let's go, Cass. Ein kleiner Beutel! Wie mache ich das? Ich muss irgendwas wegschmeißen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt verliere ich ganz viel Gold. Warte, was schmeiße ich weg? Was ist da noch drin? Ein Schild. Ein Schild, dann schmeiße ich ein Schild weg. Ich habe eine zweite Tasche. Oh nein, die Äpfelringe mit Zimt sehen geil aus. Oh, Vanille. Oh. Oh, Flecken. Oh Gott. Baking Powder, Cinnamon, Salt. Oh. Oh, guck dir die geile Pampe an, Alter. Oh, wie sie die Ringe in die Pampe drückt. Und in die Pfanne. Oh. Und nochmal wenden. Oh, und jetzt nochmal Zimt und Zucker drücker, oder? Ne, Sahne macht sie drauf. Und Zimt und Zucker, ich wusste es. Und noch Karamellsoße oder sowas. Ja, holy shit, die übertrat ja völlig. Das ist ja nur Diabetes, was du dazu nimmst. Holy fuck, man. Machst du ein Doppelkin? Hallo? Hallo? Oh, ja, der ist nicht hin. What? Wie die jetzt? Okay, das macht für mich Leosophia aus. Die Sau-Kerle, echt. Wenn sie es schon anbieten, einen RP-Server zu machen, dann auf beiden Seiten. Es spielt dem RP ja auch in die Hände, wenn du einen PvP-Server noch dazu letztlich zu antwortest. Ja, gerade für die großen Schlachten ist das halt geil, wenn die PvP-Server war. Ja, die PvP-Server. Auf jeden Fall. Weil mir wird gerade noch im Chat gesagt... Willst du mich jetzt trollen? Das ist so grün jetzt hier. Troll mich nicht. Ich habe keine blau-grünen Spächer. Ist das blau? Ihr wollt mich gerade echt trollen. Ihr wollt mich gerade hart trollen. Fickt euch ins Knie. Ohne Scheiß, hätte ich eine grün-blaue Spächer, denn wären die fucking Bäume auch blau, Mann. Und nicht grün. Ihr Pisse, Alter. Die sind blau. Ja, ja, genau. Immer wieder gut. Immer wieder gut. Leck, das Schwein, Alter. Sollen wir das reinnehmen? Oh, ich würde so gerne hier auf der Insel mal... Warte mal. Ich bin IQ 5000. Ach nee, ich bin so dumm. Der Mister. Oh, ich bin so dumm. Ich ... Oh, ich bin ja. Ja, aber nur wenn Aventar ready ist, sonst macht der ja 100% weniger Schaden. Ich hab halt nur einen Global gelegt, kein Schaden. Ja, der hat ja keine Heilung bekommen, keine Ahnung. Der hat sich da reingebricht, ich seh's gerade bei ihm im Stream, die kleine Ratte. Jetzt kommt der Red's nicht mal durch, ey. Ja! Was ist los, ey, nee, nee, geh nicht, geh nicht. Ich hab mir mein Ohr gebrochen, wird das jedes Mal lauter, ja! Das freut mich sehr für dich, Ben, dass du die Klassik-Beta so genießen kannst, den vollen Zügen! Fuck! Ah, danke Ben! Easy Ben, das Item geklaut! Leerenelfen kommen aus Bielefeld, weil's nicht existiert, aus der Leere. Neue Theorie. Erstmal an Craft Chicken. Alter, sollen wir uns... Ne, man, das machen wir nicht. Leck, wie dumm wäre das? AHHHHH! Oh Gott! Ich dachte schon, wie dumm wär... Ich... Ich... AHHHHH! AHH! 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 ACHSENTUN! Äh... Mach das Irgendwas! Oh Gott! Nein! Oh shit! Oh shit! No! Hau auf! Okay, wir müssen... Nein! Ich Idiot! Nein! Nein! Ich trottel, da war doch was! Stimmt! Ach nee! Fuck! Munker S, Alter! Der MBW S Oh nein, jetzt sind da noch... Nein! Eskaliert! Eskaliert! Oh, da kommt ein Spieler! Das ist der Mage, der hier levelt! Mage! 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 Help! Greift er mich an? Ne, er greift nicht mich an. Shit! Leute! Ich glaube, das war's! Oh! Oh! Wir laufen schon mal Richtung Friedhof, also sterben! Saved! Wenn ich ihn nicht heile, stirbt er! Aber ich mache auch keinen Damage in der Zeit! Oh Gott! Nicht schwimmen! Nicht schwimmen! Laufen! 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 Sporte! 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 Shit! Das war's, Leute! Das war's, Leute! Ah! Saved? Ich mache mal eine andere Position mit der Cam rein... Moment! Hallo, 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 was passiert hier? Ich wusste doch, dass der Raum gut ist. Ach, herrlich, ey. Okay, machen wir nochmal. Was passiert? Oh nein, oh nein, chat, oh nein, oh nein. Jesus Christ, I hate fucking missing. God damn it, I hate missing. Very nice, very nice. He's chickening at me. Wipe him here, wipe him here. Kill Zilg, kill Zilg. Charge this guy right now. Okay, he's dead, it's over. He's stunned up. Your reign of terror is over, Rex. You're dead. Amazing job. Your reign of terror is over, Rex. You're dead. Amazing job. Abraham. You're dead. Ruth.